Die Olympischen Winterspiele 2026 werden in Mailand und dem Wintersportort Cortina Dampezzo ausgetragen. Das gab das Internationale Olympische Komitee am Montag bekannt. In Mailand, wo viele Menschen die Verkündung verfolgt hatten, brach Jubel aus. Ich habe es schon erwartet, ich war mir ziemlich sicher, auch dank der Unterstützung durch Premierminister Conte. Unsere Athleten haben das Herz angesprochen und das Herz gewinnt immer. Ich bin glücklich und sprachlos. Mailand hat sich damit gegen Stockholm durchgesetzt. Sion, Sapporo, Graz und Calgary hatten sich aus Kostengründen bereits vorher aus dem Rennen zurückgezogen. IUC-Präsident Thomas Bach sagte, die hohe Zustimmung unter den Mailandern sei einer der Hauptgründe für den Zuschlag gewesen. Mehr als 80 Prozent unterstützten hier die Spiele. In Stockholm waren es nur etwa 50 Prozent.